Das macht da minus 800 lol 750 irgendwas verbraucht gerade nicht oder die die schwankt so ab und zu mal beim abbauen jetzt geht es wieder höher auf knapp 900 warum hast du so wenig leben ich will gleich wissen was passiert wenn die 25 angeht ist ja auch geil ist gerade etwas bei mir ja drückt noch 10.000 mal von knapp ist eine aufnahme servo läuft wieder das ist aber schön hat centus das hingekriegt? ne ihr haben es hingekriegt? ja centus hat zwei tage gebraucht um den typen anzuschreiben ich habe den heute mittag angeschrieben keine halbe stunde später kam eine meldung ja wir brauchen bis zum 22 und kurz darauf hat centus mich angeschrieben die servo muss jetzt gehen aber kriegst du in den zwei tagen den ich mit centus die angeschrieben habe ich habe gar nichts ich habe nur freundlich gesagt ich wünsche dir noch schönen tag und so was nein lass man ja du wolltest doch willst du programmieren üben das ist das alles er tut jetzt so ob er tippt ja der dns hat sich gelegt endlich ist der jetzt bei dir auch so leise ja mein dns hat sich gelegt ja Kondensator habe ich nicht geklatscht achso Kondensator und Mikrofon wenn man es kann bin ich irgendwoher diese Begründung ja ok Kondens ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen aber Tobias hat den rot server anbieter gewechselt ach ach wo ist er denn jetzt äh IP Projects ach der ist von Hetzen angegangen ne ja ja das war's was daipox man sagt oder nicht ja ja gab so ein sommerangebot da jetzt da du weißt alles was du sagst das hört jeder ne ja und das Angebot ist äh ist äh ist äh ist ja nicht schlimm gleichwerbung ist ja ähm war nur es ist eine bekannte Stückzahl und dann also soviel wie er vorher bezahlt hat nur halt mit viel besserem äh Komponentenraum ja ist doch gut wird schön drinnen 3e3 äh e7 ja ja klar geil richtig Hammer jetzt ja wir könnten das äh QED haben wir gleich fertig sogar komischerweise ja cool ED hih ja 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 Moment lass mich erstmal mein F2 nix moment nein aber jetzt nur noch Ende Augen und ne Workbench dann haben wir ne QED ne F2 F2 ob zwar wir sind schon wieder instansuchlich am ausrasten ja Ich hab' keine Lust auf morgen. Warum war die Simone? Ich hab' morgen Wirtschaft. Hallo ist ja morgen schon, oder? Genau. Wirtschaft ist scheiße. Wirtschaft ist ja kack. Ach komm. Sei nett und freu' dich auf die ganze Nation. Du musst ja normalen, immer. Mittag lang. Nö. Ja, in ner halben Tag. Nächste Woche nicht. Da hab' ich Urlaub. Hallo. Ey. Ey, WTF. Ja. Guck mal hier, was ich in der Hand habe. Wo bist du? Bist du schon wieder unten in deinem Gammelnloch? Ja, ich bin schon wieder in meinem Loch am Gammelnloch. Alter, übertreib doch mal, was sind das für komische Steine. Das ist einfach nur Klingstum, geschlüsselt. Wow. Wie komm' ich da jetzt runter, ohne zu sterben? Aber ich hab ne Portalgun, bestimmt. Warte. Ich geh was zu trinken holen. Baut ja eh bis klar. Aua. Ey. Ey. Guck mal hier. Komm mal runter. Guck mal was ich habe. Oh, ne coole Idee. Kann ich jetzt wohl abbauen. Hoffentlich mit ner Mensch. Oh ne. Das kriegst du alle paar Sekunden mal so Damage. Hackspitz. Äh. Wie heißt denn dieser Mod? Extra Utilities. Extra. Und heute bei Extra. So. Äh. Foggies. Jetzt brauchen wir diese Enderflux-Quistals, ne? Ach, die kostet ja gar nix. YOLO. Aber dann will ich die fetten Stromkabel schon machen von Enderio. So. Die eine Stufe höher ist ja wohl Glosson und Gold brauchen massenweise. Okay, eins davon. Eigentlich kann man Blood Magic auch ohne Altar betreiben. Wo lustig. Ja mit dich selbst. Ja. Du brauchst eigentlich kein Altar oder kein Blutohr. Du brauchst ja eigentlich nur mit deiner eigene Energie. Aber wenn das nicht viel kostet. Das ist die Sache, das darf ja nix kosten. So. Wie viele Enderflux machen wir? Ich kann jetzt 14 Stück machen. Oh, ich hab 14 Stück gemacht. Tut mir aber leid. Mach 14 Stück. Äh. Hier. Ich hab da irgendwie noch... Ach, wisst ihr wo mein Division Segel ist? Das weiß ich natürlich nicht. Hallo. 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 Hallo Daniel. Hallo Daniel. Ne ne. Ne ne. Oh. Fender. Ender. Ender. So. Es gibt M... M-E Ender... Conduit? LOL. Okay. Fertig auch nice. Feierbar, ne? Äh. Hashtag Feierbar. Dallahu Akbar. Feierbar. Also, also Feier. Also. Feier. Feier. Feierbar. Ich brauch Gold, Glowstone. Hast du noch Glowstone? WTF? Ähm. Könnte... Glaube ich. Ich hab noch 16. Du hast. 16. Ja, gib mal bitte her. Oder achte. Damit ich zumindest ein bisschen Stromkabel machen kann. Ne. Ach, der hätten jetzt auch gereicht. Nee. Okay. Dann brauch ich noch 16 Gold und 16 Whetstone. Danach brauchen wir definitiv Gold und Whetstone irgendwoher. Ich weiß noch nicht woher. Aber irgendwoher müssen wir das haben. Whetstone. Was haben wir denn noch an Ores? Glorium Eisen kann geschmolzen werden. Juckert den Kopf. Huyuken. Ja, also sie hält sie in der Kirby macht nur Plus Minus. Ja, ist okay. Ist okay. Kann man so lassen. Gold. Kann ich mal ne Witch reinklatschen in die Farm oben? Welche? Da wo im Augenblick Ender Dinger drin sind. Ender Minis. Wenn du ne Witch hast? Ja, das war eine Suche. Können wir machen. Ich dachte es aber. Mir ist es egal. Ja, wäre glaub ich gut, weil Glorium Stone. Ja, dann mach mal das. Dann warte mal. Warte, 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 warte. Scheiß doch, wir brauchen, wir brauchen Gold. Ja, dann, Zombie-Picman holen, ne? Ja, dann hol ich jetzt ein Zombie-Picman. Warte mal, irgendwo hatte ich da noch. Also zwei, zwei Ghasties habe ich noch. Hast du den Ghast noch im Safari-Net, oder? Ja, ja, den habe ich noch im Safari-Net, sicher. Das Safari-Net habe ich. Ja. Wo ist die scheiße Safari-Net nochmal? Jetzt kriege ich gerade Probleme. Okay, jetzt kriege ich die FIT-Probleme. Warum? Hast du das Safari-Net verloren? Ich weiß nicht, wo... Ach, ich habe es gefunden, das Ghast Safari-Net. Okay. Habe es. Da können wir noch einen erschaffen von. Das heißt, ich mache jetzt, äh, ein Ding für... Für ein paar. Für, 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 für die Pigmans. Pigmans. Dann holen wir uns Gold, dann haben wir eigentlich enough. Ach ja, wir haben ja noch unsere Busch-Bären-Farm-Dack. Stimmt ja. Die würden normalerweise eigentlich einen Tower dafür anlegen müssten. Und... Da rechnen aber die 5000er-Kabel locker aus. Die 20000er würde ich einfach ins Haus legen. Und dann so eine Kapitel-Bank einfach so als Übergang machen. Lassen wir so eine 25er dazwischen. Machen die mit 25k oder mit 20k voll rein und kann nur 5000 abgeben. Fertig. They're still... Ah... So. Mod-Pack musst du nichts ändern, dede. Ah... Mod-Pack musst... Mod-Pack musst du nichts ändern, dede. Would-Wah! Mod-Pack musst du nichts ändern. Um Mod-Pack musst du nichts ändern. Ja... Hat sich nichts verändert. Komm her, Pigman. Jetzt gibt es einen Goldfarm. Wir brauchen das sie. Wo brauchen das sie... Ist... So mitspielen, wie ich hoffe. Ich höre ein Garst. Willy. Bui! Ein Garst-Sparvertrag. Sweet! Ein Bausparvertrag. Wer war das nochmal? Was? Sehr ernst.